Servus, ich bin der Max und ich möchte euch heute recht herzlich meine Crowdfunding-Kampagne auf Come On vorstellen. Ich bin 29 Jahre alt Skilangläufer und habe das Ziel dieses Jahr bei der nordischen Ski-WM in Seefeld dabei zu sein. Dafür brauche ich eure Unterstützung. Ihr seht unten bzw. rechts eine Liste an wunderschönen Gift-Bags und vielleicht ist was für euch dabei und am liebsten würde ich euch natürlich diese wunderschöne Sportart Skilanglauf näher bringen. Auf geht's!